Bereits dreimal ist ein Tiroler vor Gericht gestanden, jedes Mal wegen Vergewaltigung. Zweimal blieb es beim Versuch. Dreimal wurde der 63-Jährige auch in eine damals noch Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Sogar triebhemmende Medikamente musste der Mann nehmen. Jegliche Strafen und Maßnahmen blieben ohne Erfolg. Der Tiroler sitzt erneut auf der Anklagebank. Wieder wegen einer versuchten Vergewaltigung. Anfang Juni schaltete er eine Anzeige in einer Jobbörse. Hundesitterin gesucht, es sollten sich bitte junge Damen melden, so die Staatsanwältin. Und das tat eine 19-jährige Studentin. Am Anfang war er wirklich eine sehr liebe Person. Das schwenkte um, als sich der 63-Jährige mit einem Küchenmesser über die junge Frau beugte und forderte, zieh dich aus. Doch geistesgegenwärtig und stark, wie die Anklägerin das Opfer beschreibt, griff sie den Bierkrug neben sich und schlug damit zu. Dann konnte sie flüchten. Der dreifach rückfällige Tiroler spricht von einer Tat aus Panik und Verzweiflung. Zusätzlich zu einer Verurteilung wegen Versuch der Vergewaltigung beantragt die Staatsanwaltschaft auch eine Unterbringung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Laut Gerichtspsychiater leidet der 63-Jährige an einer schweren kombinierten Persönlichkeitsstörung mit einer hohen Rückfallwahrscheinlichkeit, bestätigt durch die erneute Tat. Sind sie krank, möchte der Richter Christoph Bauer vom Angeklagten wissen. Ich habe sicher einen Huscher, meint der Tiroler. Ich bin aber zu wenig prominent und habe nicht drei Anwälte, so wie ein gewisser Burgschauspieler. Also steht das Urteil schon fest. Die Chance, dass ich das kriege wie der Teichtmeister, habe ich nicht. Der Schöffensenat verurteilt den Tiroler zu 14 Jahre Haft. Alles ist gescheitert, also bleibt dem Gericht nichts mehr anders übrig, als sie wegzusperren, begründet Richter Christoph Bauer das Urteil.